Wie kann man den Nachweis erbringen, dass man ein Foto unter einer kostenlosen CC0-Lizenz erworben hat und nicht später plötzlich abgemahnt wird? Mehr dazu jetzt hier im Video. Viel Spaß dabei! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einem neuen Video der Mainzer Medienrechtskanzlei Gulden-Röttger-Rechtsanwälte. Mein Name ist Tobias Röttger und ich bin Rechtsanwalt für Urheber- und Medienrecht. Nämlich genau diese Frage, wie beweise ich eigentlich, dass ich ein Foto unter einer CC0-Lizenz erworben habe? Diese Frage wurde uns im Rahmen eines anderen Videos gestellt. Und zwar haben wir vor einiger Zeit ein Video gemacht zu der Thematik Darf man Bilder aus dem Internet verwenden? CC0 Creative Commons Lizenzen. Und da hat der Chris B. folgende Frage gestellt. Wie beweise ich im Zweifelsfall, dass ich das Bild unter der CC0-Lizenz bekommen habe? Kann der Urheber nachträglich die Lizenzbedingungen ändern? Was gleichzeitig bedeuten würde, kann ich tatsächlich auf einmal abgemahnt werden, obwohl ich eigentlich rechtmäßig dieses kostenlose Bild erworben habe. Was heißt CC0-Lizenz? Für alle, die das andere Video noch nicht gesehen haben, den Link zu dem anderen Video in der Videobeschreibung und ich blende es euch hier oben ein. Da könnt ihr euch mal nachschauen, was ist das eigentlich? CC0-Lizenz sind Fotos, die komplett frei sind. Mit denen dürft ihr machen, was ihr wollt. Ihr müsst weder den Urheber nennen, ihr könnt die Videos bearbeiten, beziehungsweise die Fotos bearbeiten. Ihr könnt diese kommerziell nutzen, privat nutzen. Das heißt, der Urheber hat sämtliche Rechte an dem Foto aufgegeben. Und wo kriegt man solche Bilder? Auf speziellen Plattformen, die sich in der Regel darauf spezialisiert haben, Bilder unter CC0-Lizenzen anzubieten. Der Unterschied zu Fotoagenturen, Stockagenturen, wo man Bilder kaufen kann, ihr bekommt, wenn ihr ein solches Bild dort herunterladet, aber keine Lizenzbedingungen, beziehungsweise ihr bekommt keinen Vertrag oder keine Lizenzvereinbarung, aus der hervorgeht, dass ihr dieses Foto heruntergeladen habt, und zwar unter einer CC0-Lizenz. Wir schauen uns das mal gemeinsam auf einer Seite an. Und zwar sind wir bei dem Anbieter PixNio. Damit ihr seht, das Logo hier oben, PixNio. Und dort kann man zum Beispiel kostenfreie Hundebilder bekommen von diesem Urheber hier. Hier seht ihr, in dem Bereich steht Lizenz, kostenlos zu benutzen, CC0-Lizenz. Wenn ihr da draufdrückt, dann kommt ihr dann hierhin, was ist alles erlaubt, und da ergibt sich daraus, ihr dürft damit machen, was ihr wollt. Jetzt haben wir das Thema, okay, ihr wollt dieses Foto beispielsweise auf eurer Homepage nutzen, dann könnt ihr das hier herunterladen, entweder in Originalgröße, Mittel- oder benutzerdefinierte Größe, und dann könnt ihr das hier herunterladen. Ihr bekommt aber dann im Anschluss keine E-Mail, aus der ihr hervorgeht, lieber Kunde XY, ihr habt gerade das Bild Cocker Spaniel heruntergeladen zu einer CC0-Lizenz. Also ihr könnt gar nicht den Beweis erbringen. Jetzt könnt ihr ja theoretisch, weil beispielsweise der Fotograf inzwischen bekannt geworden ist, nach einigen Jahren, und so bekannt, dass seine Bilder sich auch sehr gut auf Stockagentur-Seiten verkaufen würden. Das heißt, er löscht alle Bilder raus, beispielsweise von Pixneo, löscht er die Bilder dort raus und veröffentlicht die zukünftig auf einer Stockagentur-Seite. Jetzt könnte man ja theoretisch sagen, ihr habt das Bild ja nicht gekauft. Jetzt kann er euch ja abmahlen, weil ihr habt ja aktuell gar keine Lizenz mehr. Das kann doch nicht sein, oder? Genau, das kann nicht sein. Denn ihr habt, entscheidend ist, der Zeitpunkt, zu dem ihr die heruntergeladen habt, hat er diese Bilder oder dieses Foto komplett freigegeben. Und zwar für alle Ewigkeit, zumindest für euch, die ihn zum damaligen Zeitpunkt unter dieser CC0-Lizenz heruntergeladen habt. Das heißt, nachträglich kann er euch da eigentlich nicht mehr abmahlen. Aber jetzt habt ihr ja, ihr seid in der Beweispflicht, dass ihr dieses Bild tatsächlich kostenlos nutzen dürft. Das bedeutet, ihr müsst einen Beweis anbringen. Ihr habt aber keine Lizenzvereinbarung erhalten. Also genau diese Problematik, vor der standen wir auch immer wieder, weil wir auch häufiger mal solche CC0-Lizenzen genutzt haben. Und deswegen sind wir jetzt so vorgegangen. Jetzt gucken wir uns mal gemeinsam an. Und zwar haben wir gesagt, okay, wir machen Screenshots davon, damit wir nachweisen können, dass wir dieses Bild heruntergeladen haben. Jetzt könnt ihr ganz normal, mit einem normalen Screenshot-Tool, könnt ihr davon einen Screenshot machen. Der Nachteil ist, ihr wisst nicht, wann der Screenshot, beziehungsweise aus dem Screenshot geht nicht hervor, genau wann habt ihr das heruntergeladen und gegebenenfalls noch nicht mal von welcher Seite. Deswegen haben wir auch zur Beweissicherung ein eigenes Tool anfertigen lassen. Eine Chromerweiterung läuft auf Chrom. Und zwar seht ihr hier oben dieses Atomzeichen, den Atomshot. Ich gebe euch auch mal den Link, findet ihr unten in der Videobeschreibung zum Atomshot. Den könnt ihr als Browser-Erweiterung kostenfrei nutzen. Was macht das Tool? Wir sagen zum Beispiel, auf dieser Seite, wir wollen hier das, wollen wir sichern, dass dieses Foto, was unter dieser URL angefertigt wurde, unter einer CC0-Lizenz besteht. Und weiter unten haben wir auf der Seite Pixinio noch den Hinweis, nämlich hier weitere Daten. Bild ist in Public Domain, urheberrechtsfrei, keine Rechte vorbehalten, frei für jegliche Nutzung. Sie können das Bild für private und kommerzielle Zwecke ohne vorige schriftliche Zustimmung und kostenlos und verbindungslos nutzen. Wahrscheinlich meinen sie nicht verbindungslos, sondern bedingungslos nutzen. Das will ich auch mitsichern. Dann geht ihr es so vor, wenn ihr dieses Tool installiert habt, geht hier drauf und sagt, okay, sichtbaren Bereich sichern. Zack. Ja, und das könnt ihr dann abspeichern, entweder als PNG-Datei oder ihr geht hier in Drucken und sagt, wir wollen es als PDF. Und dann könnt ihr das hier als PDF-Drucker machen und druckt es als PDF. Was ist darauf abgebildet? Einerseits, dass der sichtbare Bereich, vor allen Dingen hier, das Bild, kostenlos genutzt. Und es wird immer die URL hier oben angegeben. Ja, ich muss mal nochmal, damit ihr das richtig sehen könnt, das Foto hier rüben, das, mein Bild da drüben hin. Seht ihr hier oben, was hier angegeben wird gleichzeitig, nämlich die URL, unter der das Foto damals hochgeladen war. Und auch das Datum und die genaue Uhrzeit, nämlich nach der Atomzeit, wann das Bild angefertigt beziehungsweise der Screenshot angefertigt wurde. Und diesen Screenshot haben wir uns angewöhnt. Den legen wir dann einfach in unserer Datenbank ab zu dem Foto, was wir veröffentlicht haben, was wir heruntergeladen haben. Und wenn dann mal tatsächlich der Fall vorliegen sollte, dass ein Autor oder hier ein Fotograf sagt, das Foto habe ich damals gar nicht unter einer CC0 Lizenz abgelegt oder angeboten, sondern immer nur kostenpflichtig. Und dann könnt ihr mit diesem Nachweis kommen und sagen, nee, nee, damals bei Pixneo hast du dieses Foto angeboten unter einer CC0 Lizenz, mich kannst du nicht abmahnen. Das ist die Möglichkeit, die wir gefunden haben und bisher haben wir auch noch nie Probleme gehabt. Auch diese Möglichkeit habe ich in all meinen Seminaren immer wieder den Leuten an die Hand gegeben. So habt ihr zumindest schon mal einen Beweis, ob der 100% safe ist, ob das ausreicht vor Gericht. Bisher hatten wir noch keinen Fall, aber da muss erst mal der Fotograf den Gegenbeweis erbringen, dass er nie bei Pixneo das Foto veröffentlicht hat. Er ist dann in der Beweispflicht. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch geholfen oder wird euch helfen. Gebt mir einfach einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch der Atomshot gefällt, ladet den herunter. Den könnt ihr hier nutzen auf dem Chrome oder auch im Edge. Microsoft Edge funktioniert ja auch. Den Link zum Atomshot findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich freue mich auch, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Und wünsche euch noch viel Spaß dabei. Bis dann. Tschüss.